Wie man gesehen hat, sind das Pulverbanditen. Sonst hätte ich mir die auch gar nicht vorgenommen. Die habe ich nämlich gesucht, die Leutchen. Oh, wie viele Geräusche mir im Entgangen sind, ich spiele ja jetzt mit Kopfhörern, sonst habe ich immer ohne gespielt. Vorsicht. Sehr schön, sehr schön. Oh, sie haben Drogen dabei. Wert 2, Gewicht 3. Nein. Nein. Stehen Sie da mit? Nein. Auf dem Zettel steht, nur wenige Patrouillen in letzter Zeit hier draußen, also auch nur wenig Beute. Unsere Kuh meint, wir sollten bald weiterziehen. Folgen den Schienen nach Norden, zurück ins Home Strip. Bist du dabei? Sinds wir nicht mehr auf der Strafkompanie, aber wir halten trotzdem zusammen. Sprengstoffkiste. Soll ich nicht dran gehen? Scheiße, Meme. Hätte ich das gewusst? Eigentlich wusste ich es. Ich habe noch nichts gesehen. Aber jetzt weiß man ja worauf man achten muss und dann ist das auch okay. 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 Das blubbert wieder? Ja. So. Was ist gut hier? Irgendwie nicht viel. Okay. Dann mal vorsichtig weiter. Hm, Jalapenios. Ja. Ich bin verwundet. Ich habe das Gefühl, dass auch die Musik auch ein bisschen anders ist manchmal. Oder es sind wirklich Sachen, die ich nicht gehört habe. Und noch mehr Sprecher. Weil ich Sprecher halt. Ja. Das ist immer wichtig. So. Zufällig weiß ich. Also das ist die Achterbahn, die erwähnt wurde. Okay. Noch hat mich keiner gesehen. Ich weiß auch nicht, ob die mich sehen. Aber auf die Entfernung sollte eigentlich nicht gehen. Habe ich die eine übersehen? Oder war ich hier noch gar nicht? War ich noch gar nicht? Okay. Oh. Ja. Wie gesagt. Viele neue Orte. Toxic Cave. Wollen wir uns den Toxic Cave mal angucken? Nein, 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 nein! Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Scheiße, sag doch, dass ich mir die Lebenspunkte habe. Puh, das ist echt scheiße. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass jetzt aber alles passiert. Ah. Scheiße, ey. Cat-Eye. Ja, funkelsicht ist immer gut. Ich brauch irgendwie etwas, was mehr heilt. Ah, komm, super Stimpeck. Ja, weiter, weiter, weiter. Los. Oh Gott, ey. Nein, durch. Nein. Jetzt hör auf. Bleib weg mit deiner scheiß Relativität. Oh. Cool, ich hab's geschafft. Medizin. Oh, 25. Ist gut. Boah. Und sonst ist Reparieren immer so ganz gut. Und es klopft bei mir. Aber ich kann mich gerade nicht drum klimmern. Aber ich mach gleich auch eine Aufnahmepause. Und ich bin hart verkrüppelt. Und ich bin hart verkrüppelt. Also, ich dachte, sie hätten nämlich noch mit. Gehünderschüttung. Wahrnehmung plus, äh, minus vier. Metallrüstung, Beweglichkeit minus eins. Stimpeck-Krankheit. Stärke minus eins. Und jetzt, wie gesagt, weil ich halt Gehirn erschütterten habe. Ich hör die Viecher, ich seh sie aber nicht. Und da. Habe ich nicht eine andere Waffe? Waffen. Lasergewehr. Der macht Scham pro Sekunde. Da ist ja meine Laserpistole noch besser. Menschenfleisch. Ist okay. Obwohl Menschenfleisch. Ist halt nicht so viel. Ah, deshalb habe ich das wieder weg. So. Da ist das Menschenfleisch. Aber ich höre nichts mehr, ne? Ich höre nämlich nichts mehr. Doch, jetzt höre ich was. Gefahr? Was? Wo? Au. Ah, da mache ich mich gerne. Menschenfleisch, aber das bin ich. Noch mehr Gefahr? Ah, da. Ich krieg schon wieder wenig Lebenspunkte. Nein. Turbo. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und ich bleib mal stehen. Dann halt das nämlich noch ein bisschen schneller. Okay. Ach, scheiß drauf. Komm, dicht an. Was gibt es hier eigentlich? Hier im Cave muss es was geben eigentlich. Ja gut, Strahlenschutzanzug. Verstrahltes Wasser. Strahlung! Sie haben sich eine Strahlenkrankheit zugesogen. Energiezelle ist gut. Red X. Ja, ich sollte ein bisschen Red X nehmen. Und Red Away. Red X. Red Away. Die Strahlenschutzung hat sich erhöht. Ich sterbe jetzt. Status. Effekte, die auf mir sind. Ausdauer Minus 1 ist okay. Okay. Aha. Lass nun mal Werte. Ist okay. Komm schon. Hier muss es doch auch noch was geben. Äh. 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 Nicht mal so schlecht. Und ich bin schon wieder überladen. Aber um eins. Um eins. Um eins. Um eins ist nicht viel. Ich kann nur mal in innen, wie im Was. Ist okay. Hier gibt es echt nichts anderes mehr. ich mache dann wieder eine pause wir sehen uns dann später tschüss